Hi, ich bin Sascha von ErwinMoto und in dem Video zeige ich euch den Krieger Hydro 2 Rucksack. Der Hydro 2 ist ein Trinkrucksack mit Hydro-Pack. Die 2 steht für 2 Liter, das heißt ihr könnt 2 Liter Flüssigkeiten mitführen. Und ja, der Rucksack ist so ein bisschen der Nachfolger bzw. die abgespeckte Variante vom Hydro 3, der 2017 von Krieger kam. Bei dem Hydro 3 haben wir es so, dass wir hier noch eine Außentasche haben, wo ja quasi eine Kreditkarte oder ein Handy reintun konntet. Das können wir jetzt hier nicht mehr, das heißt wir haben das reine Hydro-Pack, ansonsten keine Verstaumöglichkeiten, was den Rucksack allerdings auch ein bisschen leichter und ein bisschen kompakter macht. Also gerade im Sportbereich, wenn ihr da mit Enduro fahren geht, ist das Ganze natürlich ein bisschen angenehmer. Kommen wir mal auf die Materialien zu sprechen. Wir haben hier ein Kodura Material 420D, das ist besonders abriebfest und somit macht den Rucksack quasi auch langlebig dadurch. Dennoch schön leicht, sehr gutes Material. Dann wir den Rucksack mal aufmachen. Also ihr habt so Schlaufen hier, wo ihr quasi immer festhalten könnt, damit ihr den besser auf- und zumachen könnt. Sieht man hier ganz gut. Ihr könnt natürlich auch noch was anderes dran befestigen, aber dafür sind die Schlaufen in erster Linie gut geeignet. Haben wir hier also den Hydro-Pack drin, das ist jetzt mit dem Schlauch verbunden, da könnt ihr zwei Liter Wasser einführen oder andere Flüssigkeiten, die ihr wollt. Dann drehen wir den Rucksack einmal um und haben hier hinten das eigentlich bekannte Kriegersystem, diese runde Verschlusskappe hier. Klicksystem, wo ihr im Hüftbereich den Rucksack schön festziehen könnt. Dann haben wir zwei Punkte hier oben und hier auch, wo ihr sehen könnt, ob ihr die Riemen richtig eingestellt habt und ob die auf die gleichen Höhe setzen. Hier verläuft der Trinkschlauch lang. Bei der Version 2020 ist jetzt die Besonderheit, dass wir ein Hands-Free-Kit dabei haben. Das musste man sonst dazukaufen. Gibt es jetzt dazu. Ist interessant vor allen Dingen für die Enduro- oder Crossfahrer, die diesen Rucksack für den Sportbereich benutzen, weil ihr quasi diesen Trinkschlauch direkt am Helm befestigen könnt und Hands-Free, also quasi ohne Hände trinken könnt. Kommen wir nochmal auf die Passform. Wir haben Träger, die sehr weit ausgeschnitten sind. Das sieht man sehr gut, wenn man den Rucksack anhat, dass ihr sehr viel Bewegungsfreiheit habt. Das heißt, gerade im Sportbereich könnt ihr den unheimlich gut anziehen. Hier oben haben wir einen kleinen Haken noch dran. Also ihr könnt den sehr gut in der Garage festhängen oder irgendwo ans Motorrad hängen, wenn ihr gerade eine Pause macht. Der Rucksack ist dazu noch sehr leicht, also wirklich im Sportbereich sehr gut einsetzbar oder aber halt auch im Touringbereich. Das heißt, wenn ihr mehrere längere Touren fahrt, müsst ihr nicht alle 100 Kilometer anhalten und was trinken. Könnt ihr hier sehr gut auch mal ab und zu was trinken. Erhält auch die Konzentration bei der Fahrt, also kann auch nicht schaden. Ja, zu den Materialien beziehungsweise Farben. Material ist immer gleich. Farben haben wir vier Stück, die es zur Auswahl gibt. Das heißt, einmal schwarz, einmal silber. Es gibt noch orange und neongelb. Das heißt, wer mehr gesehen werden möchte, kann eher auf die Leuchtfarben gehen. Ansonsten gibt es hier all black, quasi schwarz-schwarz. Das Krieger-Logo ist nochmal ein schwarz drauf und der silberne ist etwas heller, also so ein grau-silber quasi. Erhältlich ist der Rucksack bei uns im Online-Shop unter rw-motor.de und in unserem Krieger-Spezial-Shop unter krieger-shop.de. Adresse blenden wir euch hier nochmal ein. Dort haben wir nur Krieger-Produkte. Das heißt, wenn euch nichts anderes interessiert oder ihr mal komplett die Krieger-Kollektion in Ruhe anschauen wollt, könnt ihr da nachschauen. Da ist der Rucksack in allen Farben abgebildet. Und ja, wenn ihr Fragen zu dem Rucksack oder anderen Krieger-Produkten habt oder generell zu irgendwelchen Produkten aus unserem Shop, schickt uns gerne eine E-Mail unter service-at-airw-motor.de. Oder gerne unten in die Kommentare rein. Der Rucksack liegt preislich aktuell bei 125 Euro. Das kann sich natürlich wandeln immer, aber aktueller Preis UVP 2020. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.